Die Mini-WLAN-Kamera baut ihr eigenes WLAN auf, in das man sich mit dem Tablet oder Smartphone einloggen kann. Im Test haben wir ein iPad Mini genutzt und demonstrieren jetzt mal die Reichweite. Der Raum ist ca. 20 Meter lang, auch am Ende des Raums hat man noch vollen Empfang, sodass also noch höhere Reichweiten möglich sind. Man kann die WLAN-Kamera also z.B. in einem Raum aufstellen und sich im nächsten Raum aufhalten, um das Signal live anzusehen. Die Videoaufzeichnung auf MicroSD-Karte ist möglich. Hier sieht man nun das Originalbild der Kamera. Auch kann die WLAN-Kamera mit einem bestehenden WLAN verbunden werden, um die Reichweite zu erhöhen. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de